Wobei der K.O. T.O. Dungeon recht einfach ist. Weil die K.O. T.O.s, die können ja nicht wirklich viel. Außer uns mit Bolzen beschießen. Ach stimmt. Die einzigen, die uns gefährlich werden dürften, also richtig gefährlich, sind die Gedankenschinder, die Elifiden. Da werden wir ziemlich viele Tricks benötigen, ziemlich viele Neuladen und ziemlich viel Zeit. Aber wie gesagt, wir wollen noch die Gegenstände haben. Uns fehlt nämlich immer noch der Gürtel der Frostriesenstärke für den Hammer. Den will ich unbedingt haben. Der passt zu der Leser nämlich ziemlich gut. Also K.O.M. Feier oder Feier oder wie man es auch spricht. Oder Feier. Und natürlich den Ausgleich hätte ich auch gerne. Wo ist denn der Edelstein für den Ausgleich? Da fehlen mir immer noch Heft und Klinge. Und die beiden kriegt man, soweit ich weiß, auch hier unten in diesen drei Dungeons. Soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, für den Bogen haben wir bereits beide Sachen. Also Bogen und Zähne. Für die Silberklinge fehlt uns immer noch der Heft. Und ja, Wellenklinge haben wir beides. Dann kriegen wir wenigstens sehr gute Waffen, wenn wir es endlich aus der Unterwelt raus geschafft haben. Und wieder nach Heidkattler zurück können. Und wenn wir das dann wirklich nochmal mit Johnny Renikus aufnehmen wollen, in seiner Höchstform. Dann sollten wir das Zeug schon zusammen haben. Was möchtet ihr? So, da ist Quilis Heim. Wir machen das jetzt einfach mal. Damit wir Ruhe vor dem Fisch haben. Machbar sicherheitshalber furchtbar nicht. Die Natur gibt das Leben, das hier gab. Ja, ich find's lustig, wie sie sich teilweise selber töten. Wow. Wow. Da bin ich gestorben, oder? Ja. Okay, da brauchen wir dringend Hass, bevor wir da reingehen. Zum Glück macht das hier ein Autosave. Äh... Du machst eine normale Hass. Und du machst eine verbesserte auf Keldon. Dann machst du am besten noch, äh, koordinierte Verteidigung. Und du singst noch was. Und vielleicht noch das hier. So, das sollte jetzt aber reichen. Um die da auszulöschen. Ich muss wohl was anders. Meine Waffe hat keine... Meine Waffe hat keine... Meine Waffe hat keine Wirkung. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Ich muss wohl was anderes. Nächstes Mal. Ja, mach dich ruhig unsichtbar. Sag mal, bist du da auch eben gegen Magie? Okay, das war Todesmagie. Die ist immer unschön. How to save, bitte? Wo ist denn das blöde? Schutz vor dem Bösen. Und Schutz vor Todesmagie gegen dich selber bitte auch noch. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich warte. Erwischt! Ja, stirbt. Äh, ja? Ich warte auf euren Befehl. Meine Klinge wird euch schon zu Recht stützen, Imperium. Schutz vor magischen Waffen, Schutz vor normalen Geschossen durch ein Schildgeschütz. Ah ja, okay. Ich helfe wo immer ich kann. Das heißt, wir pusten dich einfach jetzt in der Warner. Ja. Nicht rum allein, die Herrschaft. Nicht mal ein Kerl, nicht mal ein Kerl, nicht mal ein Kerl. Oh ja. Was kann ich tun? Da habe ich noch was vergessen gehabt. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja. Ich bin berühmt. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Nächstes Mal. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Aber das ist schon erlebt. Sprecht frei heraus. Die Dienerin der Natur ist bereit. Hm. Natürlich vergesse ich immer den Sch... Äh, ja? Furcht Spannenschutz anzuwerfen. Keine Gruppe. Ihr... Ihr habt es so gewollt. Für die Gefallenen. Nicht mal ein Kerl, nicht mal ein Kerl, nicht mal ein Kerl, nicht mal ein Kerl. Guck, gib mir ein größeres Schwert. Ich war was. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Frag nur. Oh, das gefällt mir gar nicht. So, jetzt ist er hinten über. Hm. Auf der Hira ist wieder betäubt gewirkt. Das ist nicht so schön. Ja, verstanden. Nächstes Mal. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Inkurtus. Inkurtus. Vesipalia. Inkurtus. Es sind alle drei verletzt. So. Wunsch ist mein Begehr. Sind alle tot? Sind alle tot. Sehr gut. Das große Problem mit Baummagiern. Normale Tohau sind schon schlimm genug. Baummagier sind es noch schlimmer. Ah, sehr viele interessante Sachen. Oh, nebenbei. Rüstung der Viper. Trigger erhält mir zwei Veränderungslust gegen Gift und Lähmung. Diese Rüstung kriegt dir leider nichts. Schade. Knochenklinge. Ist einfach nur ein Dolch. Ein Hirn. Und ja, die üblichen Verdächtigen. Wow-Sachen. Feuerelement beschwören. Haben wir. Jetzt auch noch. So, nur Stab. Unserem Ruf hat das ja keinen Abgriff getan, oder? Ne, Ruf hält naft. Und das ist eh Edelstein. Edelstein. Nichts. Oh, Goldmünzen. Person bezaubern. Und im Moment hat es nicht mal geschafft, den Zauber zu lernen. Je. Ach ja, sicher. Jetzt habe ich ein Quicksave. Weiß nämlich nicht, ob nicht doch irgendwer hier auf uns lauern könnte. Warum zur Hölle haben die so viele Blutgruben in ihren Behausungen? Ja, was möchtet ihr? Also ja, wir haben das Hirn. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlasst. Erzählten wir mehr davon? Keiner hat was gemerkt. Wir können jetzt noch das Haus Gelat plündern. Da kommt mal eine nach da oben. Talisa, du auch. Beim Raus Gelat weiß ich gar nicht mehr, was da alles drin war. Was kann ich tun? Fragt nur. Sehr viele Wächter. Okay, wir brauchen wieder sehr viele Zauber. mein Autosave war hier. Schade. Obwohl ist mein Quicksave neuer. Ja, ich glaube, mein Quicksave ist neuer. Ja. Dann bin ich ja direkt voraus Gelat. Ich helfe, wo immer ich kann. Ähm. Ich warte. Den habe ich schon ausgesprochen. Dann nimm den mal. Ich warte auf euren Befehl. So, das sollte eigentlich reichen. Ich warte auf euren Befehl. Inserter. Polter. Imperier. Was kann ich tun? Die. Eure Stunde wird... Wir sind alles. eine große herausforderung so waren das schon alle ich warte nun das soll ja jeder von denen trägt solche sachen sachen mit sich um da werden wir sehr würden wir sehr viel freude am identifizieren haben ich glaube langsam ich lasse es das bauzeug auch zusammen und wir sind erschöpft